Hallo zusammen, wir haben für euch die Akademie 2.0. Was bedeutet Akademie 2.0? Das bedeutet, dass wir ein innovatives, neues Weiterbildungssystem geschaffen haben, um euch sehr nah supporten zu können. Und wie das genau ausschaut, das seht ihr jetzt. Ihr bekommt von uns Education Boxen. Eine Education Box begleitet euch einen Monat und ihr bekommt einen Monat lang einen fachlichen Support von uns. Was ist nun insgesamt in dieser Box nun drin? Ihr habt hier drei Live-Webinare, an denen ihr direkt teilnehmen könnt. Zusätzlich haben wir drei Live-Mentor-Meetings, wo wir in direkten Austausch nach einem Live-Webinar gehen können und uns auch wirklich sehen und miteinander wirklich sprechen können. Zusätzlich gibt es noch drei Lernvideos sowie nach jeder Session Hausaufgaben, um das Gelernte wirklich auch in der Tat umzusetzen und nochmal zu vertiefen. Danach haben wir die Möglichkeit, ein 1-zu-1-Coaching zu machen. Da gehen wir wirklich 1-zu-1 die Themen nochmal an, die dich wirklich auch interessieren, wo du noch ein bisschen mehr Support vielleicht brauchst. Zusätzlich haben wir noch eine WhatsApp-Gruppe, an der alle daran teilnehmen, wir uns austauschen können, 24 Stunden und einen Präsenztag haben wir hier in der Akademie auch noch dafür vorgesehen. Wie ihr seht, es ist sehr, sehr umfangreich, es ist ausgerichtet an einen Monat. Ihr bekommt hier vier Wochen lang einen Support zu einem der Themen, die euch begeistern. Und wie diese Themen aussehen, das seht ihr im nächsten Video.